yo und herzlich willkommen zu einem neuen video of the pace heute mal allein und ein unglaublich kurzfristiges video weil ich bin auf teamodia gejoint und habe gesehen dass hier ein turnier am start ist das beginnt in 270 sekunden und ich habe keine ahnung was da geht ich jetzt einfach mal schauen was uns da so erwartet okay ich bin jetzt also in der lobby ich werde mich gleich wieder wenn es so weit ist so und da sind wir auch schon wieder zurück dass das turnier beginnt jetzt in fünf sekunden und wir schauen mal was uns erwartet ja also uns erwarten knapp 80 spieler so wie ich das jetzt gelesen habe wir beginnen jetzt gleich mal mit dem ersten und mal schauen wie weit gekommen ich würde mich freuen wenn wir ziemlich weit kommen das kann man kurz noch das kit abchecken da geht es auf jeden fall um bogenspielen das wäre eigentlich was für ein acer tauschal dass er jetzt nicht dabei sein konnte aber wie gesagt ziemlich kurzfristig das aufgenommen hier aber ich denke mal den ersten müssen wir haben die bow skills sind auf jeden fall on point kurz gefällt ja die haben wir easy geholt auf zur nächsten runde ok wir haben ja noch so einen busch da kann man ein bisschen so eine wand bauen theoretisch aber ich scheiße jetzt mal in den ersten runden drauf ich denke mal wenn wir jetzt nicht unglaubliches pech haben werden da jetzt nicht große pros dann kommen aber ich sehe schon nie der hat wahrscheinlich schon was drauf zumindest mehr als der gerade eben er trifft schon mal halbwegs in die richtung schauen wir einfach mal ok er hat sich da oben so ein kleines nest gebraucht ähm 30 sekunden gut das ist jetzt ziemlich lustig immer jetzt ne ich weiß jetzt nicht was genau nach den 30 sekunden passiert wo ich will aber auf jeden fall schon mal so in der nächsten runde des firecrugs äh bisschen fail ich dachte es ist jetzt gleich so auf not out gemacht ähm dass wir praktisch gar nicht mehr weiter spielen können aber dieser bogen zieht echt gut dann nimmst du jetzt auch mal treten ne sonst ist das bisschen blöd ne ok ah schade so ok ich weiß echt nicht wie genau das ist aber auf jeden fall haben wir jetzt einmal gewonnen und zweimal verloren ich denke mal das wird dann so ein bisschen zusammengezählt bis jetzt sieht es noch nicht so gut aus für uns wir wollen jetzt mal hier auch krampf kurz wie so ein nest hin ok hat wohl viel gebracht ok so probieren wir jetzt noch mal äh dreimal verloren einmal gewonnen bis jetzt schauen wir mal weiter ja ich muss sagen äh die letzten drei waren tatsächlich ziemlich gut der erste war wohl eine ausnahme ähm ja ich will jetzt auch gar nicht sagen dass ich der beste pvp spieler bin oder so aber ähm also wenn wir ein bisschen weiter kommen wäre das auf jeden fall ganz schön aber treffe ich schon wieder mal gar nichts schon schlimm also der bogen ist hier ganz klar stärker als das wollte ich wäre deswegen sollte man auch wenn es ähm nahe wird immer noch mit dem bogen weiter spielen jetzt haben wir zwei siege und drei äh verluste einfach mal weiter schauen jetzt oi 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 ok einmal getroffen zwar nicht ganz durchgezogen nochmal getroffen den holen wir aus den holen wir aus save jawoll ähm drei verluste drei siege das sieht wieder halbwegs gut aus für uns denk ich mal wenn es so weiter geht ok einmal getroffen wunderschön ja ja fuck das ist doch du von mir ach gott das war ja schon wieder schlecht jawoll komm den nächsten holen wir mit dem nächsten schlag raus jawoll und ach knapp jawoll ich denk mal ein hit braucht der dann ist der auch weg 10 Sekunden komm ach ach was passiert jetzt ok ich hab ähm gewonnen warum auch immer ich hatte 1 Herz und er 4 ok das verstehe ich jetzt nicht aber muss man auch nicht alles verstehen so und dann sind wir wieder zurück wir dürfen wieder ran und mal schauen wie es läuft ähm ich weiß nicht wie der letzte jetzt genau gezählt hat also stand dran dass ich gewonnen habe dann gewinnen wir jetzt bei ähm 3 siegen äh 4 siegen und 3 auf Niederlagen liegen ähm das ist auch schon mal ist ok könnte besser sein natürlich aber ja besser als äh andere bestimmt ne die hier schon rausgeflogen sind anscheinend also es sind ja nur noch ich glaub 65 spieler oder so standen da dran da bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden wenn wir jetzt noch hier wenn wir jetzt noch hier den Herrn da unten treffen würden dann wär das wunderschön da schieß oei 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 verdammt scheiße ich dachte schon wir liegen vorne ok ok diese Zeit ist tatsächlich immer ganz lustig streckt das natürlich nicht so in die Länge ok jetzt müssen wir aufpassen ok abbauen ist aktiviert sehr schön jawoll jetzt haben wir gewonnen halbes Herz aber wir haben gewonnen also 5 Siege 3 Niederlagen die Sache läuft hier oei 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 da hat er uns erwischt und wir haben ihn auch so liegen gleich wahrscheinlich schleichen wir uns mal ein bisschen ran schleichen wir uns mal ein bisschen ran ok das war jetzt ein bisschen random ok ok jawoll wir haben ihn nochmal oei der hätte aber drücken können ok ich glaub es wird auf beiden Seiten ziemlich knapp gerade ähm ja keine Ahnung ich bleib trotzdem mal äh defensiv ja komm ran ok ok ich sehe nicht ok ich sehe nicht ähm verdammt ok jetzt habe ich verloren ähm eineinhalb Herzen weniger äh 5 Siege 4 Niederlagen schauen wir mal weiter das war jetzt natürlich nicht so optimal ich hätte drauf gehen müssen ich hätte nämlich äh wissen müssen dass ich weniger Herzen hätte hatte tut mir leid ähm ja komm raus jawoll den Durchblick ok da hätte ich auch treffen können ähm ok wie auch immer er jetzt den getroffen hat er ist ziemlich gut muss ich schon sagen ähm keine Diskussion der hat's äh ziemlich drauf muss ich sagen von seinem Movement her er ist ziemlich schwer hinzubekommen und schade hätte ein Lacktreffer sein können aber ach verdammt also er wäre am nächsten Head auch down gewesen aber äh ok wir sind schon ausgeschieden ja schade aber unter die Top 32 sind wir sozusagen gekommen ähm ich würde mal sagen das ist schon eine Leistung wir sind wir gehören zur besseren Hälfte kann man sagen ähm ich hoffe euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video bis dann tschau geht das ist ob ihr wird der